Das tut mir in den Augen weh, wieso was ist das? Ja, das ist schon sehr speziell. Wow, komm, stirb, dankeschön. Wunderbar. Yay. Gibt's lecker Mammut dran. Mmm. Jetzt müsste die Frau erst viel so an den Haaren so wegziehen. Frau, mach mir Fleisch. Uff. Ey, ich hab alle vier Waffen. Ja, aber null Leben. Ja. Scheiße. Aber ich versuch, dieses Level noch zu machen. Also. Ja. Und vielleicht schaffst du es ja bis zum nächsten Speicherbuch, dann kannst du sterben und dann können wir auf Navi anfangen. Genau deswegen versuch ich jetzt, dieses Level zu schaffen. Okay. Ja, ich spritz erst mal ein bisschen rum, schau dir zu und schaukel ein bisschen auf und ab. Oh. Zu spät. Schade. Müssen wir den jetzt nochmal... Nein, wir müssen den nicht nochmal machen. Dann ist das wirklich nur so eine Art Abkürzung. Also, dass man nicht so viel laufen muss, oder? Wie soll ich das jetzt verinterpretieren? Ja. 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 Wahnsinn. Und wir haben unsere Extras gewonnen. Scheiße. Ja. Die Schlüssel. Die Schlüssel leider auch. Aber dafür haben wir zwei, äh... Ups. Oh, oh, oh. Komm, komm, komm. Zwei Leben. Ja, zwei Leben. Ich habe irgendwie Bock. Worauf? Äh... Oh, mir, äh... Nicht wegen des Spiels, aber einfach so habe ich jetzt plötzlich Bock, mir Nummer 5 lebt anzuschauen. Was ist so anzuschauen? Äh, Nummer 5 lebt. Das ist doch mit einem Roboter gewesen, oder nicht? Ja, ja, ja. Input. Input. Wie kommst du jetzt bitte von... Äh, wie kommst du jetzt da drauf, bitte? Keine Ahnung. Äh, du kennst meinen Twitter. Äh, weißt, was ich auf Twitter mal schreibe. Ja, weißt du, dass ich sehr, äh, äh, random bin. Okay. Oder? Das geht. Ja. Wobei, Twitter ist ja schon dafür ausgelegt, irgendwie random zu agieren. Ja, oder man schreibt irgendwelche, äh, Sachen irgendwie von wegen. Ach, nein, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht, äh, äh, lästern. Am Ende schauen die Leute, auf denen Leute die Follower, und dann wissen sie dann gleich, Ah, weißt, was ich meine? Mhm. Aber wie heißt es schon? Schlechte PR ist auch PR. Ja. Ducken. Ja. Hey, meine... Siehst du das? Meine Haare sind abgeschliffen. Mhm. Da haben die wohl einen zu kleinen Fehler gemacht. Nee, nee, das ist, äh, wow. Das liegt am Emulator. Ach so. Der arbeitet nicht korrekt. Hä? Ich glaube, wir hatten gleich. Jo. Na, kann das immer scheißen. Warte, dann kümmere ich mich um den, damit du beim nächsten Level dann halt... Aber, ich sag mal so, ne? Oh, oh, pass. Ja. Das schlimmste, das schlimmste Genre... Oh, verdammt, ja. Das schlimmste Spiele-Genre. Was ich mit, äh, ähm, Nahkampf, schlimmsten meiner Meinung nach vertrete. Ja? Ja? Ja, fahr fort. Ist Ego-Shoot-Sind Ego-Shooter. Au. Tch, Mann. Gut, der hat ja auch endlich. Find's nicht laut? Ich mag Ego-Shooter auch nicht. Ich hasse sie. Ja, aber am schlimmsten Ego-Shooter sind, äh, äh, Nahkämpfe. Wegen der Optik. Äh, forever alone. Ja, das bist du. Forever alone dürfen wir übrigens einbauen. Äh, ich will... Ich mein, der ist wild, nicht gesehen, weil... Äh, das Trollface ist ja geschützt. What? No. Von wem? Von dem Typen, der es angeblich erfunden hat. Klar. Ja. Kann man auch nachweisen. Genau, der hat auf DeviantArtist gezeichnet und gesagt, jeder, der es benutzt, der muss ein Tantien-Scheiß bezahlen. Okay. Ja. Dumm? Ja, und was haben wir? Und, ähm, äh, Simon Kretschmann und, äh... Wer? Und, äh, Gregor Katsyriotius oder so wie immer. Der Gregor halt. Ähm, haben darauf eine schöne Antwort gegeben in einem Video, wo es, äh, drauf angesprochen wurde. Wer sind die? Äh, Game One. Achso. Die machen ja auch ihre Let's Plays. Ja, ich kenn die nicht, deswegen, also... Ja, ja, aber kann ich dir mal empfehlen. Ähm, die sind recht lustig. Äh, sowieso. Und die haben eine schöne Antwort darauf gegeben, auf die Frage, äh, wo er, wo er es halt erwähnt hat, dass es halt, das Trollface, äh, g-g-g-g... Dass das Vollface halt geschützt ist, von dem Typen her. Und was haben die geschrieben? Äh, ne, die haben einfach nur... Oder gesagt? Ja, nichts gesagt. Die haben eine körperliche Reaktion gezeigt. Und die wäre? Äh, heb den Mittelfinger. Achso. Genau. Ja, Arschlecken. Ist dumm. Ja. Wenn man auf einer Seite geht, wo es user-generierte Content gibt, ne? Und dafür noch irgendwie Kult-Geld verlangen. Ja, bekommt man Geld auf jeden Fall, ne? Ja. So. Oh, ich hab nur noch... Ich hab kein Leben mehr. Oh ja. Oh, ich auch nicht mehr. Oh shit. Und das Tolle ist, man weiß ja nicht, wie viele Continuous man überhaupt hat. Ich schätze mal einfach drei. Weil drei ist die magische Zahl bei solchen Spielen. Ja, ja, das macht Sinn. Oh, 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 oh. Und? Wow. Episch. Okay, ähm... So. Machen wir einfach ganz normal weiter. Ich grüße meine Ober- und Brutportal. Genau. Nein. Deine was? Nein, das war jetzt nur unser Ender. Ich hab keine Ober- und Brutportal. Ich hab keine Ober- und Brutportal. Brutportal ist in der Nähe. Ey. Joa, also... Ich dachte... Es ist nicht allzu weit weg, sagen wir mal so eher. Das wäre eine Erfüllung wie Bielefeld. Nee. Okay. Aber Bielefeld ist erfunden. Ja, aber Bielefeld ist ja das... ... das Belmuda-Dreieck, der... ... von Deutschland, ne? Das existiert nicht. Bielefeld existiert nicht. Meine Cousinen kommen da zwar her, aber... ... es gibt es nicht. Ja. So. Das ist wie Atlantis. Nur eben... ... über mehrere Spiegeln. Ja. Ich würde gerne das... Ja, genau. Und schon wieder weg. Ich weiß nicht jetzt, ob ich ein Plus gemacht hab oder... ... Plus, Minus, Null. Nein, ich glaub du hast... ... äh... ... ja. Du hast einen kleinen Börsen-Crash hingelegt quasi. Okay, jetzt bin ich gespannt, was das für ein Bonus-Level sein soll. Ich tippe mal auf Fleisch und Schlüssel. Oh. Das ergibt Sinn. Donuts! Ah, hol's dir. Komm schnell. Oder... Ja. So. Jetzt ganz schnell zurück. Ja, wahrscheinlich wird da auch der Schlüssel sein. Ja, wir haben, glaub ich, nicht mehr... Ich glaub... Einer bleibt unten. Okay. Okay. Dann... ... nehm ich ihn still. Haha. Okay. Das war jetzt auch sehr simpel. Naja. Wir rennen gegen die Zeit. Aber wir haben... ... äh... ... die starken... ... eigentlich die... ... ich glaub die stärkste Waffe neben dem Feuer. Mhm. Mhm. So. Problem ist eben nur die Reichweite. Die Reichweite ist ja gut. Ich mein, das rollt ja ganze Zeit dann noch. Okay. So. Nimm du. Nimm du das. Okay. Du bist ja der... Du bist ja der... ... der Gastgeber. Egal. Okay, jetzt kommt wieder das... ... Dino Onyx. Hey, ich kann... ... ich... ... ich... ... hey, ich kann... ... meine Linia-Version von Onyx... ... Au. Schesse. So, komm. Da, 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 da. So, komm. Übrigens, wirst du... ... wirst du es mir dann später geben? Was denn? Warum ich dich gebeten habe. Äh... ... für... ... äh... ... was mir halt spontan... ... in den Sinn gekommen ist, als ich Alblalis... ... ähm... Achso, achso, ja. ... ja... ... Postfach-Video gesehen habe. Könne ich machen. Ja, ja. Ich hab schon ein paar entfernt. Ja, ja, okay. Ich nehme mal an... ... ich wette erst noch deswegen... ... drei Monate... ... für das Video. Weil er... ... die ganzen... ... äh... ... ganzen... ... Sendungen mit den vergammelten Bratwürsten... ... erstmal aussortieren muss. Ja, ja. Das ist ja quasi das... ... YouTube-Neme, ne? Mhm. Ne? Alblali und... ... äh... ... oder... ... oder... ... oder... ... Alligator... ... 24, wie er ja auch... ... wie es spricht, heißt. Äh... ... und Bratwurst. Egal. Merkst du Bratwürsten? Ich mag diesen Typen nicht. In den Videos meinst du, ne? Ja, ich kenne ihn persönlich. Ja, persönlich ist eigentlich ganz nett. Hab ihn ja getroffen, da, als beim YouTuber-Treffen in Hamburg. Äh, Hamburg. Hamburg. Wie hab ich das ausgesprochen? In Hamburg, halt. Ja, der hat uns eigentlich ganz gut unterhalten, ne? Ja. Kann sein. Ja, der war eigentlich ganz lustig, der war eigentlich ganz witzig, ne? Du musst ja alles denken, ne? In der Realität kann man nicht, äh... ... kann er zu wissen keinen Schnitt machen, ne? Du verstehst, was ich meine. Eben. Ja. Das ist ja sehr strange, ne? So... Der übertreibt's. Ja, ja. Ähm, na ja. Ja, wer ist das gut? Flippi ist der Begriff, glaub ich. Ich find' er ja übertrieben. Ja. Ähm... Also der spielt das schon ziemlich stark, find ich. Hm, ja, ja. Aber deswegen kann ich mir auch... ... Alblali da auch nur einmal an den Tag geben. Bösen zwei. Ich kann's mit keinem anderen Tag angeben. Äh, geben eigentlich nicht angeben. Was ist hier? Äh. Wollen wir noch ein bisschen über andere YouTuber herziehen? Ja, wenn wir schon so sind, ne? Ja, wenn wir schon dabei sind, ne? Ja, also, äh... Ich kenne da so einen, der heißt D-Chan Zockt. Hast du den schon mal gesehen? Ja, der ist total scheiße. Ehrlich, ey. So ein Spaß. Und der lädt auch nie was hoch, irgendwie. Ja, ja, ja. Der Heini, der ist nicht traurig. Ich glaub... Er denkt, der ist scheiße, ne? Ich glaub, ist schon irgendwie vier Monate oder so her, dass er das letzte Video hochgeladen hat. Oh, ja, 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 ja. Pfff, wir sind baulier Sau. Ehrlich. Ja, und dieser Mega-Pramoog, ne? Oh. Ja, der ist... Der ist ja... Der ist ja... Der ist ja wie... Kann ich gar nicht kotzen, soviel ich will. Oh, nein. Nein, ich glaub jetzt... Achso, ich dachte, es ist kurz... Ich dachte, kurz die Farbe wurde geändert. Ja, ich dachte, der ist auch so sehr unbohlen und sehr wichtig. Ähm. Ja. Ich glaub, jetzt musst du aufpassen. Du hast noch ein Leben. Ja, und du hast null Leben. Also solltest du eher aufpassen. Nicht so weit nach vorne, weil sonst... Ach ja, wir machen die, wir machen die, äh, wie heißt der? Wir machen die Julian's Block-Taktik, ne? Was? Wir machen die Julian's Block-Taktik und machen alles schlecht. Okay. So, ob die Leute sich dann drüber aufregen und die Fans feiern, dass die Leute, die sich drüber aufregen, regen sich drüber auf und dadurch geht der Kreis erstmal weiter. Oh, neuer Boss. Oh. Hey, der sieht gut aus. Armadillomon. Der ist cool. Ähm. Voller viel zu sehen. Aber, äh, ja. Ich glaub, wir müssen bald besser, als ich ent... Ich verstehe. Oh, ey. Ja, entkugel dich, Mann. Ähm. Ich verstehe nicht. Ja, jetzt. Ah. Ja, toll. Dauert ein bisschen lange. Das ist jetzt wahrscheinlich... Ja, ne, 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 ne. Vor allem, wie fliegt der hoch? Das ist die Steinzeit. Da war alles möglich. Ach so. Aber zumindest macht der nicht so großartig viel Schaden. Ja, aber ich verstehe ihn trotzdem nicht. So, einfach drauf mal. Oh, 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 oh. Oh, faaaaaack. Nein, das heißt doch... Ne, fuu, heißt es doch, ne? Ab. Tower. So. Ha, two hits. Ich glaub, einmal... Okay, einfach auf der runter. Hoch. Runter. So. Ach, schade. Wenn man das nicht selber ein bisschen raus hat, dann okay, das eigentlich. Hm, die Frage ist jetzt nur... Ja. Ich glaub, jetzt wird er sich... Kommt er auf uns? Nein. Gut. Und, äh... Die Schultertasten können übrigens gar nichts sein. Bitte? Die was? Die Schultertasten können übrigens gar nichts sein. Uuuh. Pass auf, du hast nur noch ein Herz, ne? Ja, deswegen pass ich auf. Okay. Das ist ja auch nicht einfach, als auf dem Hintergrund. Oh. Pssst. 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 Komm, hör auf zum... Jumpen. So. Okay. Jetzt musst du konzentrieren. Und sei... Das ist ein bisschen dumm, ne? Ich hab danach noch ein Leben, von daher. Passt schon. Ja, aber dass man ihn nicht treffen kann, ne? Ja. Nur einmal quasi. So. Au det Ah. Ja. Dann. Ja.